Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100 Prozent bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Im Alten Testament lesen wir eindeutig, dass Gott es verboten hat, Blut zu konsumieren, egal auf welche Weise. Denn die Bibel sagt in 3. Mose 19, Vers 26, ihr sollt nichts mit Blut essen, ihr sollt weder Wahrsagerei noch Zauberei treiben. Du sagst jetzt vielleicht, aber Anselm, das ist doch altes Testament, das ist doch mosaisches Gesetz, wir sind doch im Neuen Testament. Aber dieses Argument kannst du nicht machen, denn dieses Verbot, Blut zu konsumieren, gab es schon lange vor dem mosaischen Gesetz. Denn die Bibel sagt in 1. Mose 9, Vers 3-4, Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben sein Blut noch in ihm ist. Also schon lange vor dem mosaischen Gesetz hat Gott nur verboten, nach der Sintflut Blut zu essen. Das heißt, dieses Verbot, Blut zu konsumieren, steht außerhalb des mosaischen Gesetzes. Aber nicht nur das, sondern das Verbot, Blut zu konsumieren, steht nicht im Kontext der Speisegebote. Ja, die Speisegebote sind natürlich alle aufgehoben im Neuen Testament. Wir dürfen alle Tiere essen, es gibt keine unreinen Tiere mehr. Aber wenn du aufmerksam zugehört hast, dann ist dir aufgefallen, dass 3. Mose 19, Vers 26 nicht im Kontext der Speisegebote steht, sondern außerhalb der Speisegebote. Denn es heißt, ihr sollt nichts mit Blut essen, ihr sollt weder Wahrsagerei noch Zauberei treiben. Das ist ein Vers. Und man fragt sich vielleicht, warum steht das Verbot, Blut zu essen, im Kontext mit Wahrsagerei und Zauberei. Aber es ist ganz einfach, warum Blut essen in Verbindung mit Okkultismus gebracht wird. Denn wir sehen zum Beispiel, als Elia die Propheten Baals auf den Berg Kamel gerufen hat und er ihnen gesagt hat, der Gott, der mit Feuer antwortet, der sei Gott. Und sie sollten eben ihren Baal anrufen. Und Baal hat natürlich nicht geantwortet. Und wir lesen in 1. Könige 18, Vers 28, und sie riefen laut die Propheten Baals und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Wir sehen also in der Bibel, dass Heidenvölker die Satan anbeten, buchstäblich, die dem Teufel dienen, dass sie bizarre Rituale durchführen, in denen sie eben zum Beispiel sich Einschnitte machen, bis das Blut an ihnen herabfließt. Sie haben sich dadurch wahrscheinlich irgendwie in Trance versetzt. Das ist, was ich vermute. Also wir sehen, dass es überhaupt kein Wunder ist, warum in 3. Mose 19, Vers 26 das Verbot, Blut zu essen, im Zusammenhang mit Okkultismus genannt wird. Wir sollen also kein Blut konsumieren, weil Gott es eindeutig verboten hat, schon vor dem mosarischen Gesetz. Es steht außerhalb der Speisegebote. Es steht im Zusammenhang mit Okkultismus. Wir sollten mit Okkultismus nichts zu tun haben. Denn diese Okkultisten, sie lästern im Grunde genommen Jesu Blut, symbolisch gesehen. Denn die Bibel sagt in Kolosser 1, Vers 14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir haben also die Vergebung der Sünden durch Jesu Blut. Jesus musste sein teures, sein kostbares, sein heiliges Blut für uns vergießen, damit wir gerettet werden können, damit wir Vergebung haben können. Und darauf wird schon hingedeutet im Alten Testament. In 3. Mose 17, Vers 11 bis 12 heißt es, denn das Leben des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Darum habe ich den Kindern in Israel gesagt, keine Seele unter euch soll Blut essen. Auch der Fremdling, der unter euch wohnt, soll kein Blut essen. Also warum sollen wir kein Blut essen? Gott hat es eindeutig verboten. Was ist die konkrete Begründung? Weil eben das Blut es ist, was Sühnung für unsere Seelen erwirkt. Das Blut ist es, heißt es in 3. Mose 17, Vers 11, denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Natürlich wurde niemals jemand gerettet durch ein Tieropfer, denn die Bibel sagt auch, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böckensünden hinwegnehmen. Aber es symbolisiert eben Jesu Blut und Jesus ist mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum im Himmel gegangen und hat sein eigenes Blut dargebracht, damit wir eben Vergebung der Sünden haben können. Also Okkultisten, Heidenvölker, die bizarre Rituale durchführen, wie zum Beispiel die Propheten Baals, die sich Einschnitte gemacht haben, bis das Blut an ihnen herabfloss. Sie lästern im Grunde genommen symbolisch gesehen Jesu Blut. Wir sollten damit nichts zu tun haben. Wir sollten das Blut eben auf die Erde gießen, wie es im Alten Testament heißt, der Tieropfer sollte auf die Erde gegossen werden. Es sollte nicht gegessen werden, sondern auf die Erde gegossen werden. Denn Blut symbolisiert in der Bibel eben letzten Endes Jesu Blut. Also auch im Neuen Testament sollten wir als Christen definitiv kein Blut konsumieren, weil dieses Verbot außerhalb des Mosarschen Gesetzes steht, außerhalb der Speisegebote, die eben tatsächlich aufgehoben sind im Neuen Testament. Aber das Verbot Blut zu konsumieren steht eben im Zusammenhang mit Okkultismus. Damit sollten wir nichts zu tun haben. Wir sollten Jesu Blut nicht lästern, sondern wir sollten es als heilig betrachten. Und natürlich, das Blut von Tieren an sich ist nicht heilig, aber es symbolisiert eben Jesu Blut. Wir sollten Blut nicht essen, denn das Blut Jesu ist es, das Sühnung erwirkt für unsere Seelen. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Gottes Segen bis morgen.